Ich zeige euch heute einen Ausflug, der im Nationalpark von Abruzzen Lazio Molise stattfindet. Es ist ein Wanderausflug und er beginnt oberhalb vom Lago di Scano, von einem verlassenen Ort, der heißt Fratura Vecchia. Die Wanderung ist nicht schwer, also für jeden, der gut zu Fuß ist, ist das machbar, dieser Wanderweg. Es geht bergauf und bergab, ein Höhenunterschied von ca. 450 Metern. Die ganze Wanderstrecke ist nicht länger als 6 Kilometer. Wenn man gemütlich läuft, braucht man maximal 4 bis 4,5 Stunden. Der Ausgangspunkt Fratura Vecchia ist schon ganz interessant, weil das ist ein Geisterdorf, was 1915 bei einem Erdbeben zerstört wurde. Und dann geht es über eine kleine Schotterstraße hoch bergauf bis zu einer kleinen Kirche. Man geht durch einen Wald und kommt dann auf einen Berg, der heißt Monte Cona und der ist mehr als 1700 Meter hoch. Und von da aus bietet sich dann dieser spektakuläre Ausblick und dann geht es wieder bergab. Und das ganze 놀� voluntad. Untertitelung des ZDF, 2020